Ich habe heute in meiner Sprechstunde drei Patienten gesehen, die um die 90 sind, die sehen aus wie jemand, der 70 ist. Das wäre vor 20 Jahren nicht gewesen und das ist dem geschuldet, dass auch mehr Leute ein Körperbewusstsein haben und sich entsprechend belasten. Das ist immer das Entscheidende. Ich muss den gesamten Menschen sehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Podcast-Folge Talk mit K. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Es gibt nur eine Regel für diesen Podcast, den ich im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmann moderiere. Wir sprechen in Talk mit K mit interessanten Menschen aus der Stadt mit K, also aus Köln. Heute habe ich Prof. Dr. Per Eisel von der Uniklinik bei mir zu Gast und wer diesen Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich schon einmal mit ihm gesprochen habe. Damals ging es um Rückenschmerzen und diese Folge habe ich für alle, die Sie verpasst haben, in den Shownotes verlinkt, falls Sie nochmal nachhören möchten. Heute geht es nicht um den Rücken, sondern es geht um unsere Gelenke und ich bin sehr gespannt, was ich von Ihnen lernen werde. Schön, dass Sie da sind, Herr Eisel. Hallo Frau Brassack, gerne bin ich hier. Ihre Jobbeschreibung ist ja nicht ganz unkompliziert. In der Langfassung sind Sie Direktor an der Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und plastisch-ästhetische Chirurgie der Uniklinik Köln. Uff, wie lautet denn Ihre Abkürzung, wenn Sie mal gefragt werden? Ach, Einfachklinikchef, Orthopädie, Unfallchirurgie, das würde völlig genügen. Okay, deutlich kürzer, ja. Das sind ja drei sehr spannende Bereiche, also die Orthopädie, die Unfallchirurgie und die plastisch-ästhetische Chirurgie. Wir konzentrieren uns heute auf Ihr Spezialgebiet der Orthopädie, als wir vor einigen Monaten über Rückenschmerzen gesprochen haben. Da wusste ich auch als Nichtbetroffene, Rückenschmerzen können sehr viele Menschen betreffen und können durchaus auch schon in jungen Jahren auftreten. Bei Gelenken dachte ich jetzt so als Laien bislang immer, naja, ist halt so ein Seniorenthema, stimmt aber leider nicht. Stimmt nicht. Gelenke werden natürlich von morgens bis abends gebraucht. Das wissen wir alle, je mehr Sport wir machen, umso mehr brauchen wir sie. Manchmal spüren wir sie, wir können uns verletzen. Es gibt Fehlstellungen an Gelenken, es gibt Kinder, die davon betroffen sind. Also es trifft alle Lebensphasen. Aber natürlich, wenn wir über den Verschleiß sprechen, besonders die letzten Lebensphasen. Und hier kommt der Verschleiß immer mehr zum Tragen. Das ist eigentlich keine Erkrankung, sondern eine völlig physiologische Veränderung im Lebensverlauf. Schauen Sie, Kinder haben keine Falten. Jemand, der 80 ist, hat Falten. Und so sieht es halt auch innen aus. Die Gelenke verändern sich im Lebensverlauf. Und wenn jetzt der Anspruch nicht an diese Gelenkveränderung angepasst wird, wenn ich also glaube, vielleicht für einige Organe gut, dass ich mich mit 80 genauso bewegen kann oder belasten kann wie mit 20, dann habe ich halt eine andere Voraussetzung meines Körpers, nämlich ein Gelenk, was 80 Jahre alt ist. Bleiben wir mal beim Thema, dass tatsächlich auch die Zahl jüngerer Menschen mit Gelenkschmerzen in den vergangenen Jahren rapide zugenommen hat. Sie sagen, es ist keine Erkrankung. Aber man muss ja doch sagen, dass es bei Menschen, die eigentlich vor der Erwartung diese Gelenkschmerzen haben, natürlich auch nicht gut ist. Und vor allen Dingen hat es Gründe. Woran liegt es denn, dass die Leute immer jünger werden? Ja. Wir müssen hier ein bisschen differenzieren. Es gibt neben dieser physiologischen Alterung eines Gelenkes auch andere Ursachen für Gelenkschmerzen. Das ist einmal, fangen wir bei Kindern an, Veränderungen der Gelenke, die angeboren sind oder sehr früh erworben sind. An der Hüfte ist das besonders häufig der Fall. Ein Stichwort, eine Veränderung heißt Hüftdysplasie. Das heißt, wenn die Hüftpfanne nicht ausreichend ausgeprägt ist, dann kann es zu Beschwerden kommen, zu Laufstörungen, zu einem verfrühten Verschleiß eines Gelenkes. Das muss man ernst nehmen. Das sind Kinder, wenn sie auf die Welt kommen. Solche Veränderungen werden im Ultraschall diagnostiziert, heute Gott sei Dank, bei den U-Untersuchungen schon durch die Kinderärzte. Und im weiteren Lebensverlauf kann es dann zu Durchblutungsstörungen der Gelenke kommen. Das ist so um das sechste Lebensjahr so, dass hier das Hüftgelenk nicht mehr gut durchblutet wird. Auch eine typische orthopädische Erkrankung. Oder um die Pubertät, wenn man schnell wächst, kann es zu einer Diskrepanz des Gelenkwachstums und des Wachstums der Gefäße kommen. Und ein solches Hüftgelenk kann deutlich geschädigt werden. Also das bedeutet eigentlich nur, Schmerzen der Gelenke bei Kindern und Jugendlichen muss man ernst nehmen. Ganz selten steckt was Schlimmes dahinter. Eine andere Ursache, das hängt vielleicht auch so an dieser Überlegung, warum wird es mehr, ist natürlich auch unser Verhalten. Das ist häufig recht extrem. Das bedeutet, dass es junge Menschen gibt, Kinder gibt, junge Erwachsene gibt, die sehr, sehr viel Zeit am Handy, vorm Computer verbringen, sich wenig bewegen. Und wenn sie sich dann bewegen, in einem Fitnessstudio sich vielleicht auch temporär, also kurzzeitig überlasten. Das ist in meiner Beobachtung auch ein Grund, weshalb diese Beschwerden in der Altersgruppe zunehmen oder häufiger beobachtet werden. Das würde ich jetzt schon rein familiär aus eigenen Beobachtungen feststellen, dass dieser Kontrast zwischen viel Zeit am Computer verbringen und dann gerade bei jungen Männern, die dann in die Muckibude gehen und dann volles Programm machen, dass das ein Thema ist. Das heißt, dieses übermäßige verschleißt dann eben auch Gelenke oder führt zu Problemen. Und auch die ganze Muskulatur um ein Gelenk, alles wird überlastet, die Bänder werden überlastet, von oben bis unten. Okay. Übergewicht ist auch ein Thema. Wir alle oder unsere Gesellschaft wird dicker, Adipositas ist das Stichwort. Und auch das hat natürlich mit steigenden Gelenkschmerzen zu tun. Ich denke, das ist relativ eindeutig. Der Druck auf die Gelenke wächst, insbesondere die, die uns tragen müssen. Und dann kommt es zu den Folgen. Ist das so richtig von mir beschrieben? Es ist im Grunde in der Tendenz völlig richtig. Wir wissen, dass eher niedriges Gewicht protektiv ist, also günstig. Aber wir müssen ein bisschen differenzieren. Das Gelenk, was die höchste mechanische Belastung auszuhalten hat, ist das Kniegelenk, also mechanische Belastung von außen. Wir können das beobachten, wenn wir ein Fußballspiel gucken und was passiert, was passiert den Sportlern, Kreuzband, Meniskus, eigentlich fast immer das Knie betroffen. Alle anderen Regionen sind seltener. Das ist ein Indiz dafür, wie stark mechanisch das Knie belastet ist. Eine mechanische Belastung ist der Sport. Eine mechanische Belastung ist die Fehlstellung der Beine. Ein X- oder O-Bein begünstigt eine Arthrose. Und natürlich ein weiterer mechanischer Faktor ist das Gewicht. Am Kniegelenk gibt es viele Studien, die sagen, Übergewicht führt zu einer schnelleren Arthrose. An der Hüfte ist es ein bisschen anders. Bei der Hüfte spielt das Gewicht eine etwas geringere Rolle als am Knie. Hier gibt es etwa gleich viele Studien, die sagen, es spielt eine Rolle, wie Studien, die sagen, es spielt keine Rolle. An der Hüfte spielen diese Faktoren der Kindheit eine starke Rolle, die ich vorhin erwähnt habe. Also Fehlstellung, Hüftdysplasie etc. durch Blutungsstörung. Natürlich auch Gewicht. Wenn wir nochmal zum Thema Hüftdysplasie kommen, da würde mich jetzt interessieren, ich meine, früher waren solche Fälle ja wahrscheinlich, als sie noch nicht operabel waren, ganz schwierige Fälle, weil letztlich, muss man ja sagen, konnten diese Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen dann einfach nicht richtig laufen. Jetzt kann man die deutlich besser behandeln, was ein großes Glück ist. Aber nimmt auch die Zahl der Fälle zu? Und wenn ja, warum? Nein, die Zahl der Fälle effektiv nimmt nicht zu. Die Häufigkeit dieser Erkrankung oder Fehlstellung ist gleich. Was zunimmt, ist, man diagnostiziert ist früher. Also das heißt, durch diese Reihenultraschalluntersuchungen, zum Beispiel durch die Sensibilität der Lehrer, werden solche Diagnosen viel früher gestellt. Und deshalb haben wir scheinbar den Eindruck, dass es zunimmt. Jetzt wirbeln da immer lauter Begriffe durch die Luft. Also Arthrose, Rheuma, Arthritis. Wahrscheinlich gibt es noch etliche mehr. Ich fände es toll, wenn wir die mal auseinanderklamüsern könnten und Sie vielleicht mal erklären, was steht sozusagen für welchen Begriff und was sind die Symptome, an denen man merken kann, dass es diese gibt. Vielleicht aber zunächst noch die vorgeschobene Frage. Ich meine, unser Körper hat ja so einige Gelenke. Wie viele davon haben wir denn ungefähr im Körper? Und gibt es neben Hüfte und Knien noch andere Problemkandidaten? Es gibt tausend Gelenke. Also wenn Sie jedes Wirbel-Bogengelenk dazunehmen, kommen wir in den dreistelligen Bereich. Die Gelenke, die am häufigsten von der Arthrose betroffen sind, und ich werde es gleich definieren, sind in der Tat Kniegelenk und Hüftgelenk. Arthrose bedeutet eine Veränderung des Gelenkknorpels. Unsere Gelenke bestehen aus zwei Anteilen von Knochen und dazwischen ist eine elastische Substanz der Knorpel. Der ist genial aufgebaut. Der wird einmal angelegt in der Kindheit. Der kann nicht erneuert werden. Der kann vielleicht gut gepflegt, ernährt oder wie auch immer werden, gespült durch die Gelenkflüssigkeit, geschont durch niedriges Gewicht, richtiges Verhalten, Bewegung, aber wieder aufgebaut kann er nicht werden. Und wenn sich der Knorpel degeneriert, also abnutzt, dann sprechen wir von einer Arthrose. Das ist die häufigste Veränderung. Die ist physiologisch, also normal, und sie erhält dann Krankheitswert, wenn sie die Lebensqualität entscheidend reduziert. Und die Arthrose kommt auf den Gelenken am meisten vor, die mechanisch belastet sind. Das Kniegelenk haben wir schon genannt, das Hüftgelenk haben wir schon genannt. Als nächstes kommt in Frage noch die Sprunggelenke. Die Wirbelsäule, die auch Gelenke hat, die ist dann betroffen. An der Schulter sieht es schon etwas anders aus. An der Schulter ist weniger der Knorpel betroffen und die Knochen, sondern eher der Weichteilmantel um das Schultergelenk. Die sogenannte Rotatorenmanschette, die möchte ich hier ausklammern. Das ist keine eigentliche Arthrose. Das wäre jetzt die Arthrose. Und die ist auch Nummer 1 im Ranking, wenn wir jetzt Arthrose, Arthritis, Rheuma und solche Sachen haben. Mit aller großem Abstand die Nummer 1. Das hängt einmal an der Belastung, die haben wir besprochen. Es betrifft jeden. Jeder Mensch wird irgendwann, wenn er das Glück hat, dass er alt wird, eine Arthrose bekommen. Die Inzidenz, das heißt, die Häufigkeit ist sehr hoch. Über 60, 70-Jährige können Sie locker in 60, 70% eine Arthrose feststellen. Das ist normal. Anders sieht es aus bei den Entzündungen. Dafür steht der Begriff Arthritis oder Rheumaerkrankung. Das sind entzündliche Erkrankungen eines Gelenkes. Und die werden heute deutlich weniger häufig beobachtet. Warum? Diese Entzündungen sind Systemerkrankungen. Die betreffen den gesamten Körper. Die betreffen jetzt nicht nur die mechanisch belasteten Gelenke, sondern auch die Fingergelenke zum Beispiel, die Halswirbelsäule, auch das Schultergelenk, das Ellenbogengelenk. Das sind Systemerkrankungen. Das heißt, in meinem Körper läuft irgendeine Reaktion ab, die nicht normal ist. Und die spüren wir am ersten an der Gelenkschleimhaut. Die heißt Synovia. Die entzündet sich. Wenn man das sieht, ist die rot. Es kommt zu Flüssigkeitsproduktion in einem Gelenk. Das Gelenk schwillt an, ist häufig auch überwärmt und tut sehr weh. Und diese Systemerkrankungen, so möchte ich das bezeichnen, werden heute seltener beobachtet, weil sie toll behandelt werden können. Es gibt mittlerweile sehr gute Antirheumatika, also Biologika zum Teil, die wirklich an der Ursache ansetzen. Und früher hat man sehr viele Rheumapatienten operiert, weil Gelenke kaputt gegangen sind. Das machen wir heute kaum noch, weil die sehr, sehr gut behandelt werden können mit solchen Medikamenten. Man tut also letztlich etwas dafür, dass die Entzündung im Körper zurückgeht und dadurch gehen auch diese Erkrankungen zurück. Das ist eine sehr, sehr segensreiche Therapiemethode, die es seit vielleicht 15, 20 Jahren gibt und jetzt zunehmend eingesetzt wird. Das ist etwas sehr Gutes. Also Arthritis, Rheuma, ist eine Entzündung, die in der Regel ihren Ausgang nimmt von der Gelenkschleimhaut. Können Sie gut vergleichen mit einem geröteten Auge in der Heuschnupfenzeit. Wenn man allergisch ist, ist die Schleimhaut des Auges rot oder Sie haben ein kleines Korn drin, ein Sandkorn, dann kriegen Sie ein ganz dickes, rotes Auge. Das ist keine bakterielle Entzündung, sondern im Grunde eine Abwehrreaktion, eine Immunreaktion des Körpers. Das kann man heute sehr gut, sehr früh behandeln. Aber trotzdem auch da die Frage, ob diese Erkrankungen grundsätzlich zunehmen, denn man weiß ja vom modernen westlichen Lebensstil, sage ich jetzt mal, dass es viel auch Ernährung gibt und andere Dinge, die eben zu entzündlichen Vorgängen im Körper führen, eben dadurch, dass wir uns vor allen Dingen ungesund ernähren. Vielleicht gibt es auch noch andere Faktoren. Das heißt, die müssten ja eigentlich auch zunehmen, diese Erkrankungen. Also es gibt Indizien, dass Ernährung, bestimmte Ernährungsgewohnheiten, Fleischkonsum oder ganz sogar Rauchen, Alkohol, dass das auch für die Inzidenz, die Häufigkeit einer Arthritis eine gewisse Rolle spielt. Ein ganz prominentes Beispiel ist Gicht. Gicht bedeutet eine Erhöhung des Harrensäurespiegels im Blut und das wird getriggert, vor allen Dingen, wenn man zu viel Fleisch isst. Das wissen wir alle. Das nimmt zu, aber auch das Bewusstsein nimmt zu, wie man das behandelt und das Ernährungsbewusstsein nimmt, Gott sei Dank, ein bisschen mehr zu in den letzten Jahren, sodass in der Summe durch diese positive Behandlungsmöglichkeit, besonders bei den Autoimmunerkrankungen, bei den rheumatischen Erkrankungen abnimmt. Ernährung spielt sicher eine Rolle. Das heißt, dann lassen Sie uns in diesem Podcast vielleicht vor allen Dingen auch über die Arthrose sprechen. Ja. Was glaube ich eine wichtige Botschaft ist, selbst wenn man jetzt keine Gelenkprobleme hat, kann man natürlich in frühen Lebensjahren den Grundstein dafür legen, dass man die später oder im Alter auch nicht bekommt, weil schön ist das nie, denke ich, auch mit 70 nicht. Und man kann gewisse Dinge vermeiden und mit diesem Argument war jetzt auch mein Interesse für den Podcast geweckt. Also ich bin 44 Jahre alt und stelle natürlich fest, die Zeit für Vorbeugung sollte vielleicht jetzt dann auch mal gekommen sein. Das heißt, wir wollen auch ganz viel über Vorbeugung sprechen, aber vielleicht lassen Sie uns mal auf die Symptomatiken von Arthrose zu sprechen bekommen, denn ich habe mit Interesse gelesen, dass die meisten Betroffenen erst zum Arzt gehen, wenn das Problem schon weit fortgeschritten ist. Und das ist dann wahrscheinlich nicht gut, weil man je früher man zum Arzt geht, desto rechtzeitiger behandeln kann. Deswegen die Frage, woran erkenne ich die ersten Anzeichen einer beginnenden Arthrose? Also typische Anzeichen einer Arthrose, wir haben vorhin gesagt, es betrifft häufig das Kniegelenk, das Hüftgelenk, vielleicht auch das Sprunggelenk, ist ein Anlaufschmerz. Das heißt, in Ruhe tut nichts weh, auch nachts tut nichts weh, im Gegensatz zu einer Entzündung, die tun nachts weh, in Rheumaerkrankungen zum Beispiel. Bei einer Arthrose haben wir häufig einen Anlaufschmerz. In Ruhe tut nichts weh, ich sitze, ich liege und dann will ich aufstehen und merke so die ersten Schritte, die ersten Meter, vielleicht auch die ersten 100 Meter, die tun weh im Knie oder Hüftgelenk. Hüftgelenk projiziert sich meistens auf die Leistenregion, ein bisschen ähnlich wie bei Männern beim Leistenbruch und der Schmerz verschwindet dann langsam. Das ist ein sehr häufiges Initialsyndrom, der sogenannte Anlaufschmerz. Und wenn die Arthrose ein bisschen fortgeschritten ist, kommt es dann dazu, dass ich mit zunehmender Belastung wieder Beschwerden einstelle. Also, ich laufe die ersten Meter, da tut es mir weh, ich fühle mich steif an, muss mich dehnen, schütteln, dann geht es wieder. Und dann vielleicht bei der Wanderung nach zwei, drei Kilometern merke ich, das Knie tut weh oder die Hüfte, die Leiste schmerzt. Am Knie sieht man es häufig von außen, es kann dann ein bisschen dick werden. Und das wäre so ein typisches Zeichen einer beginnenden Arthrose. Also der Belastungsschmerz, Anlaufschmerz und Belastungsschmerz, Ruheschmerz eher nicht. Jetzt kenne ich das Thema Anlaufschmerz so, dass viele Menschen Anlaufschmerzen zum Beispiel dann in den Füßen haben, also oder an der Ferse und nicht Knie und Hüfte. Das heißt, das wäre dann wiederum zu unterscheiden. Das muss dann nicht zwingend eine Arthrose sein, sondern kann ein Indiz für ein anderes Problem sein. Das Sprunggelenk, was eigentlich mechanisch auch hoch belastet ist, ist weniger arthrotischen Veränderungen unterworfen als Knie und Hüfte. Warum das so ist, ganz genau weiß man es nicht, aber das ist deutlich weniger arthrotischen Veränderungen unterworfen, obwohl es viel mehr geschädigt wird. Das Umknicken haben wir alle schon mal gehabt, dass wir umgeknickt sind und dann plötzlich hat es tierisch wehgetan. Aber was Sie jetzt ansprechen, dieser Anlaufschmerz an der Fußsohle zum Beispiel, um die Ferse oder um einzelne Zehen, Mittelfußbereich, das bedeutet in der Regel eine Verkürzung der Bänder oder der Achillessehne, die sich im Liegen zum Beispiel, wenn man auf dem Bauch auf der Seite liegt, verkürzt, wir liegen alle in einem sogenannten Spitzfuß und die dann erst wieder aufgedehnt werden muss. Und das wäre dann ein Tipp, wenn man so etwas spürt, dann ist das eigentlich eher ein Indiz für eine Verkürzung der Bänder und nicht für eine Arthrose. Es kann auch eine Arthrose sein, aber in der Regel ist es eher das, was ich jetzt Ihnen gerade erzählt habe. Gut, aber das ist ja schon mal ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen unterschiedlichen Problemen. Wenn ich jetzt sage, oder eben habe ich gesagt, je früher man Signale einer beginnenden Arthrose erkennt, desto besser, habe ich jetzt einfach mal behauptet, weil ich es gelesen habe. Was sagen Sie und warum ist das so? Es ist ein bisschen, möchte ich das relativieren. Wenn wir äußere Ursachen finden, wo wir unsere Arthrose positiv beeinflussen können, dann wäre es günstig, wenn wir diese Maßnahmen früh ergreifen, wenn wir die erfinden, wenn wir die finden. Aber eine Arthrose ist eigentlich keine Erkrankung, es ist ein physiologischer Verlauf. Ein Tumor sollte man früh erkennen, ein Verschluss der Herzkranzgefäße oder ein drohender Verschluss oder ein drohender Verschluss der Gehirnversorgunggefäße. Die sind ganz wichtig früh zu erkennen. Da würde ich viel versäumen, wenn ich es nicht mache. Bei einer Arthrose ist es ein bisschen eine andere Situation. Ich sollte es insofern schon wissen früh, damit ich diese Risikofaktoren reduzieren kann. Wir haben die schon besprochen. Bewegung, richtige Bewegung, da kommen wir vielleicht noch drauf, dass man also diese Überlastung des Gelenkes in die richtigen Bahnen leitet. Gewicht spielt sicher eine Rolle. Bei Kindern ist es etwas anderes, weil hier kann man prophylaktisch unter Umständen sogar eine Korrektur eines Gelenkes vornehmen. Aber bei fortgeschrittenem Erwachsenenalter wird das eigentlich kaum noch in Frage kommen. Insofern ist es nicht ganz so dramatisch, wenn man sie etwas später erkennt. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass ein Patient vor Ihnen steht, eine Patientin, die eben sagt, ich habe Schmerzen am Knie, an der Hüfte, ich habe die Anlaufschmerzen, ich habe es, wenn ich eine längere Wanderung gemacht habe oder Sport gemacht habe, kann man dann eigentlich immer sofort sagen, ja gut, alles klar, Sie haben eine Arthrose. Oder wie geht man dann als Arzt vor, um zu gucken, was der Patient oder die Patientin tun kann. Man kann ja grundsätzlich sagen, okay, abnehmen ist immer eine gute Idee, wenn jemand Übergewicht hat, wenn es so leicht wäre, sich ausreichend bewegen, über die Art und Weise sprechen wir noch. Klar, auch immer eine gute Idee. Aber wie kann man ansonsten jemandem helfen, der mit diesen Problemen kommt? Also es ist eine ganz wichtige Frage, weil sie sehr häufig natürlich uns beschäftigt. Man muss sich für diese Patienten ein bisschen Zeit nehmen. Erst am Anfang steht eine Diagnose, eine klinische Untersuchung, das kann man relativ gut feststellen, ob eine Arthrose in einem Gelenk ist, auch ohne Röntgenbild, indem man ein Gelenk entsprechend bewegt. Gibt es bestimmte Handgriffe, man kann das spüren. Man kann es sogar selbst spüren als Patient, dass es knirscht in einem Gelenk zum Beispiel. Also am Anfang steht die Anamnese, die haben wir gerade besprochen. Anamnese heißt Vorgeschichte, also Startschmerz, Belastungsschmerz, dann Abklappern der Risikofaktoren, die haben wir auch schon besprochen. Ein wichtiger Risikofaktor ist auch das Rauchen. Sollte man auch überlegen, denn das Rauchen führt zu einer Veränderung der Gefäße und damit zu einer schlechteren Durchblutung auch eines Gelenkes. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die richtige Sportart, all das wird jetzt abgefragt bei den Patienten und dann kommt nach der klinischen Untersuchung, nachdem man das Gelenk gefühlt hat, eine Röntgenaufnahme, die genügt häufig, eine ganz normale Röntgenaufnahme. Denn die zeigt die Reaktion des Knochens, der reagiert, wenn die Elastizität des Knorpels abnimmt, dann hypertrophiert der Knochen. Wir sehen eine sogenannte Sklerose im Röntgenbild, das sind die Initialenzeichen. Was heißt hypertrophiert? Der wird mehr. Der Knochen ist eine plastische Substanz, im Gegensatz zu Gehirngewebe, Herzmuskeln. Wenn der einmal geschädigt ist, dann ist der kaputt, auch Knorpel übrigens. Wenn der einmal geschädigt ist, dann kann man den eigentlich nicht mehr aufbauen. Man kann dafür sorgen, dass er nicht mehr weiter geschädigt wird. Aber man kann ihn nicht aufbauen. Knochen wird im Lebensverlauf ständig ab- und aufgebaut. Das ist wie so ein großer Steinbruch, den wir uns bedienen in unserem Körper. Da werden die Mineralien, Spurenelemente gespeichert. Ein Beispiel, wenn jemand einen Arm gebrochen hat, das Handgelenk gebrochen hat, bekommt auch ein Kind, ein Gips. Und wenn Sie nach sechs Wochen diesen Gips entfernen und Sie messen die Knochendichte dieses Armes, dann ist er deutlich weniger als die andere Seite. Oder jemand belastet ein Bein viel mehr, weil er einseitig trainiert, wie auch immer, dann wird der Mineralsalsgehalt des Knochens kräftiger, mehr werden. Und so ist es um das Gelenk genauso. Wenn dieser physiologische Puffer fehlt in dem Gelenk, die weiche Substanz, die unseren Knochen schützt, dann kommt es dazu, dass der Knochen vermehrt belastet wird, also baut er sich mehr an. Das ist der entscheidende Unterschied zu einer Entzündung. Bei einer Entzündung mit einem sauren Stoffwechselmilieu in einem Gelenk baut sich Knochen ab. Das ist auch ein wichtiges Diagnostikum, wenn man eine Rheumaerkrankung verbutet. Was sind denn die langfristigen Folgen einer unbehandelten Arthrose? Weil ein Patient vielleicht sehr, sehr lange nicht gekommen ist. Ja, ich verstehe. Art 1 wird sich schwerer zu behandeln. Die Risikofaktoren, die jetzt noch wegzunehmen, wenn das Gelenk komplett verschlissen ist, bringt wahrscheinlich relativ wenig. Ein weiterer Punkt ist, wenn ein Gelenk schmerzt, wird es weniger bewegt und es wird kontrakter. Das heißt, die Beweglichkeit dieses Gelenkes reduziert sich. Das ist auch etwas, was auf dieses Gelenk und auch auf eine etwaige Therapie schlechte Auswirkungen hat, aber besonders natürlich auch auf alle anderen Gelenke. Stellen wir uns vor, die Hüften sind steif, dann mache ich mehr Bewegungen aus der Wirbelsäule oder aus den Kniegelenken. Also das sind sehr negativ. Da setzt man so eine ganze Kaskade dann in Gang. Richtig. Genau, sehr gut. Da setzt man eine Kaskade in Gang. Was man auch berücksichtigen muss, sind so psychosoziale, alle Aspekte. Wenn, das beobachte ich auch immer wieder, ältere Patienten, die vielleicht der Ehepartner ist verstorben, sie leben alleine, sie haben Schmerzen, sie werden depressiv deshalb, weil sie jede Bewegung wehtut und es kommt manchmal zu einem sozialen Rückzug. Das bedeutet, Besuche werden seltener, das Einkaufen wird vermieden, Sozialkontakte werden reduziert und das ist etwas sehr Schlechtes. Dann haben wir auch einen Teufelskreis, wo so eine depressive Kaskade oft einsetzt. So mit den Worten, ach, es geht ja alles bergab und ich bin mutlos, ich habe keine Lust mehr und jeder Knochen tut mir weh. Was soll ich denn hier noch? Das Alter ist eine Krankheit. Also das ist etwas sehr, sehr Negatives. Es ist fast noch schlimmer als ein kontraktes Gelenk. Wir kommen jetzt langsam auch schon zu dem Bereich der Prävention und zwar vielleicht Prävention, wenn man schon Schmerzen hat, aber eine Operation oder ein schlechter Werden verhindern will und dann später auch zu einer Prävention, mit der man starten sollte. Das ist ja wahrscheinlich beides in Teilen sogar identisch, was man tun kann, damit man diese Probleme gar nicht erst bekommt. Sie sagen, etliche Maßnahmen können den Verlauf verlangsamen, die Beweglichkeit lange erhalten, bevor man dann ein Thema angeht wie eine Operation, die ja immer mit großen Risiken verbunden ist. Fangen wir mal an mit der Frage, mache ich jetzt dann trotz Schmerzensport weiter oder schone ich mich? Sie haben das eben schon gesagt. Da ist ja die Frage, wie mache ich es richtig, dass es nicht schlimmer wird, aber eben auch nicht falsch? Grundsätzlich versuche ich immer den Menschen ganzheitlich zu sehen. Also Arthrose ist nicht schön, aber mit einer Arthrose kann ich 100 Jahre alt werden. Wenn ich jemand sage, bewege dich nicht mehr, weil dein Knie eine Arthrose hat und er deshalb einen Herzkranz gefräst für Schluss bekommt oder sein Cholesterin hochgeht, seine Muskeln atrophieren, sein Gehirn in der Leistungsfähigkeit sich reduziert, weil er keine Koordination mehr macht. Ich muss immer den ganzen Menschen sehen. Seine Muskeln atrophieren heißt wahrscheinlich, die bauen sich ab? Die bauen sich ab. Die Koordination lässt nach, Stolperhäufigkeiten nimmt zu, Sturzgefahr steigt. Also ich muss immer alles zusammen sehen. Grundsätzlich gilt Folgendes. Ein Gelenk auch mit einem beginnenden Verschleiß, Verschleiß heißt Knorpelschaden, Gewebe, was sich nicht mehr ersetzen kann, müssen wir wissen, wie Gehirn- oder Muskelgewebe, haben wir schon gesagt, Brauchbewegung. Ein Gelenk, was sich nicht mehr bewegt, steift ein und der Knorpel geht kaputt. Der Knorpel wird durch Diffusion der Gelenkflüssigkeit ernährt. Der wird ständig umspült. Der ist wie ein Schwamm, muss man sich vorstellen, wie ein Küchenschwamm, den man ein- und ausdrückt. Und deshalb muss ein Knorpel bewegt werden. Ein Gelenk, was auch ein Arthrosat, muss bewegt werden. Wenn es der Knorpel schon geschädigt ist, dann gilt, dass diese Bewegung möglichst ohne Belastung oder mit wenig Belastung erfolgen soll. Das Ideal wäre hier Schwimmen in warmem Wasser. Das ist aber ein Ideal. Das können wir nicht verwirklichen. Welcher 85-Jährige kann jeden Tag in warmem Wasser eine Stunde schwimmen? Das ist illusorisch. Das geht nicht. Definieren Sie mal warmes Wasser. Wenn wir mal auf die Kölner Hallenbäder gucken, ist das warm genug? Also warmes Wasser heißt, dass es vielleicht 25, 26 Grad ist. Also jetzt nicht der Mahlwasser, wo der Blutdruck versackt. Ja. Habe ich jetzt aktuell nicht im Kopf, wie die Temperaturen da sind. Aber kann ja jeder selber nachgucken. Aber Hallenbad könnte schon ausreichend sein. Ja, natürlich. Noch haben wir ja ein paar in Köln. Noch. Noch. Ja, bewegt. Das wäre gut. Aber wie gesagt, man muss das auf den Patienten zurechtschneiden. Schafft er das? Ist das illusorisch? Eine andere ideale Sportart, die viel leichter zu machen ist, ist Fahrradfahren. Fahrradfahren ist für unsere Gelenke eigentlich ideal. Weil wir bewegen die Gelenke in vollem Umfang, aber sie werden nicht belastet oder kaum belastet. Fahrradfahren am besten auf der Straße oder im Feld oder im Wald, Gelände, wie auch immer. Was ist das Beste an der frischen Luft? Gerade im Sommer, in den Sommermonaten. Und hier gibt es auch Untersuchungen, dass sogar Elektroräder günstig sind. Hat man ja immer gedacht, Elektroräder, die schonen, da wird die Muskulatur zu wenig belastet. Das stimmt nicht. Gibt gute Untersuchungen, auch für die Gelenke gut. Wenn das nicht funktioniert, viele Patienten sind ängstlich mit dem Fahrradfahren, dann geht auch ein Standfahrrad, was man sich vielleicht zu Hause anschafft oder ins Fitnessstudio geht, was man sich vielleicht dann vor das Fernsehgerät oder in irgendein schönes Zimmer stellt, wo man in die Natur gucken kann oder die Zeitung parallel liest, nicht im dunklen Keller. Also Fahrradfahren ideal, zusammengefasst, Bewegung eines Gelenkes ohne Belastung. Das wäre ideal. Und das gilt für denjenigen, der 35 ist, genauso wie für denjenigen, der 70 ist. Ja, gilt für beide. Jetzt muss man allerdings sagen, dass für denjenigen, der 35 ist, der keine Risikofaktoren für eine Arthrose hat, natürlich auch noch andere Sportarten in Frage kommen. Ich möchte nochmal sagen, sehen wir immer die Bilanz. Also beispielsweise Fußball. Wenn das einem viel Spaß macht und er eine tolle Gruppe hat, mit denen er da Fußball spielt, dann soll er das weitermachen, obwohl das natürlich ein bestimmtes Risiko für Meniskus darstellt. Oder wenn jemand gerne Tennis spielt und hier viel Spaß dran hat, auch eine tolle Gruppe hat, wo er das tun kann und vor allen Dingen in seiner Nähe macht und er motiviert ist, dann würde ich das machen. Es bringt nichts, irgendjemandem zu sagen, mach Sport, schwimm jeden Tag, aber der schwimmt eh nie, sondern der soll was machen, was er mit seiner Gruppe, mit seiner Familie, mit seinen Freunden gerne macht. Beispiel Tennis. Wenn sie Tennis spielen, wenn es ihnen das Spaß macht, würde ich es tun. Man sollte sich halt vor einer solchen Maximalbelastung gut warm machen. Die Gelenke dehnen, die Kapsel, die jetzt vielleicht kontrakt ist, weil eine leichte Arthrose da ist, gut aufdehnen. Das kann Ihnen auch ein Krankengymnast oder jemand im Fitnessstudio ein bisschen zeigen, wie es geht, mit einem bestimmten Ritual, vielleicht auch auf dem Weg zum Tennisplatz mit dem Fahrrad fahren. Das sind alles Sachen, die günstig sind und ich würde durchaus auch Tennis spielen und ich gehe sogar so weit, wenn eine gewisse Arthrose da ist und jemand sehr gerne auf den Tennisplatz geht, dann würde ich auch im schlimmsten Fall auch mal ein Schmerzmittel davor nehmen und lieber Tennis spielen als zu Hause im Stuhl sitzen. Wenn ich jetzt nur mal von mir selbst ausgehe, was Sie jetzt auch sagen mit vorher aufwärmen und dehnen und so weiter, dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass das wahrscheinlich ein Fehler ist, den sehr, sehr viele Menschen machen, dass sie das nämlich nicht tun. Genau. Genau wie der Fehler, dass man sagt, bei Schmerzen schone ich mich eher. Das würde ich mal auch als sehr großen Fehler dann bezeichnen. Welche Fehler kann man noch machen? Ganz wichtig ist das, was wir gerade gesagt haben. Das ist jetzt ein Stichwort, was heute völlig abgenutzt erscheint. Ich sage es auch ungern, das ist dieses Wort Achtsamkeit. Wahrscheinlich geht es Ihnen, Frau Brassack, genauso. Sie haben wahnsinnig viel zu tun in Ihrem Beruf so und so, unvorhergesehene Berichterstattung, alles fliegt über den Haufen und wird anders. Aber Sie haben einen Tennis-Termin. Dann rennen Sie heute Abend hin, sind drei Minuten da, bevor es losgeht und da wird natürlich null warm gemacht, gar nichts. Und dann geht es gleich voll zur Sache. und das ist etwas, wo man dann vielleicht ein bisschen auch nochmal darauf achten sollte, dass man das etwas anders macht, dass man sich auf so einen Sport dann auch vorbereitet, darüber nachdenkt, die Gelenke günstig, gut dehnt, das, was wir jetzt besprochen haben. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man das tut. Was auch noch gut ist, dieses andere Phänomen bei Gelenken, die arthrotisch verändert sind, ist von außen Temperatur zu fügen. Das kann Kälte oder Wärme sein. Da ist jeder ein bisschen anders. Am Schultergelenk, da geht es eher um den Muskel, ist Kühlung besser. Am Kniegelenk zum Beispiel, wenn das jetzt stark weh tut, auch zum Beispiel beim Tennis oder beim Fußball, ist Kühlung besser. Man kann sich im Drogeriemarkt Pferdesalbe kaufen, die in den Kühlschrank stellen und danach so ein Tennisspiel die Gelenke mal einreiben und noch mal bewusst durchdehnen. Das wäre zum Beispiel auch eine eigene, relativ harmlose Maßnahme, die man jeden Tag umsetzen kann. Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast Man liest häufig im Internet und ich weiß, dass das durchaus auch problematisch sein kann, zu viel im Internet zu lesen, häufiger, dass solche Sportarten dann eben vermieden werden sollen. Also, dass man sagt, dann keine Sportarten mit abrupten Bewegungen, auch Joggen nicht und so weiter. Bei Ihnen klingt das jetzt anders? Man muss ein bisschen differenzieren. Wir haben auf der einen Seite den 35-Jährigen, der keine Beschwerden hat, vielleicht mal Muskelzerrung oder irgendetwas. Der muss das machen. Der macht sich gesund dadurch, dass er joggt. Ich habe heute in meiner Sprechstunde drei Patienten gesehen, die um die 90 sind, die sehen aus, wie jemand, der 70 ist. Das wäre vor 20 Jahren nicht gewesen. Und das ist dem geschuldet, dass auch mehr Leute ein Körperbewusstsein haben und sich entsprechend belasten. Das ist immer das Entscheidende. Ich muss den gesamten Menschen sehen, auch das Herz-Kreislauf-System. Und wenn der jetzt nur noch im Stuhl sitzt, dann tut er sich sonst nichts Gutes. Okay, das haben wir aber schon gesagt. Anders sieht es aus, der 30-Jährige haben wir jetzt besprochen, der 60-Jährige, der eine Arthrose hat, der vielleicht eine leichte Hüftdysplasie hat. Die Dame, die bei Mädchen, Jungs, die sind seltener betroffen, bei Frauen ist es häufiger. Leichte Hüftdysplasie hat mit beginnenden Arthrose-Zeichen. Mit dieser Patientin würde ich über den Idealsport ein bisschen reden. Wenn die bisher passioniert gejoggt ist, würde ich ihr sagen, kann man machen, aber für die Gelenke nicht gut. Überlegt mir doch mal zusammen, ob es eine andere Möglichkeit gibt. Mountainbike zum Beispiel wäre für diese Person, die wir jetzt vor Augen haben, dann ideal. Rennrad fahren von mir aus, Mountainbike, ins Fitnessstudio gehen und das Joggen reduzieren. Vielleicht nicht mehr jeden Tag oder jeden zweiten Tag, sondern nur noch einmal die Woche. So eine Umstellung kann ja durchaus freiwillig erfolgen, weil man ja auch die Schmerzen nicht permanent in Kauf nehmen möchte. Genau. Für die Patienten ist dann halt eben dieser andere Sport. Wenn die Arthrose schon eingetreten ist, auf jeden Fall günstiger. Kommen wir mal zum Thema Prävention. Also ich habe überhaupt keine Probleme. Welche Maßnahmen sollten wir ergreifen, um die Gelenke gesund zu haben? Sie haben schon gesagt, Bewegung, also dieses Wer rastet, rostet, gilt definitiv für die Gelenke. Wir haben schon gesagt, welche Sportarten besonders gelenkschonend sind, Schwimmen und Radfahren. Bei anderen ist das Risiko möglicherweise höher. Welche Rolle spielt die Ernährung bei der Gesundheit der Gelenke? Ist ein bisschen umstritten. Ich hatte vorhin schon die Gicht erwähnt, also den erhöhten Harnsäurespiegel. Der hängt stark mit der Ernährung, mit den Ernährungsgewohnheiten zusammen. Bestimmte pflanzliche Nahrungsmittel führen zur Erhöhung des Harnsäurespiegels, aber insbesondere auch zu viel Fleischgenuss. Und wir wissen, dass da Entzündungsprodukte kreiert werden im Körper, dass die Harnsäure steigt. Das ist sicher schlecht für ein Gelenk. Also eine bewusste Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Es gibt keinen umschriebenen Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, was den Knorpel schützt. Also die Idee, gibt es immer wieder viel Gummibärchen zu essen. Schade eigentlich. Verdammt schade. Viele Gummibärchen. Viele Gummibärchen, weil die aus bisschen Knorpelgrundsubstanz bestehen sollen. Das stimmt nicht. Also das ist auch noch eine wichtige Botschaft. Es gibt kein Nahrungsmittel oder auch keinen Nahrungsergänzungsstoff, der ein Gelenk oder ein Knorpel schützt. Was sie machen sollen, ernähren sich gesund, haben wir schon erwähnt. Der Fleischkonsum, den sollte man eher ein bisschen reduzieren, gerade aufgrund dieser Entzündungsprodukte. Was auch noch, glaube ich, sinnvoll ist, dass man auf Calcium und Vitamin D achtet, um den Knochen stabil zu halten. Es trifft besonders auf Frauen zu, wenn er genauso, wenn man älter wird. Also ich würde jedem empfehlen, der so über 50 ist, 20.000 Einheiten Vitamin D einmal die Woche so eine kleine Kapsel zu nehmen, sich auch bewusst zu ernähren, mit Milchprodukten, mit Joghurt, mit Käse entsprechend auch zu versorgen. Vitamin D, ist das das Sonnenvitamin? Ja, das braucht auch Licht, um umgewandelt zu werden. Gerade die Mittagspause im Winter, wenn man Homeoffice hat, für einen Spaziergang nutzen. Ist genau super. Ein plastisches Beispiel, Frau Prasak, ist, wir kennen Patienten, die aus sonnenreichen arabischen Ländern hier zu uns kommen und hier komplett verschleiert rumlaufen, in dem Bereich, wo ohnehin das halbe Jahr die Sonne ganz dürftig nur scheint. Und diese Patienten bekommen nicht selten Probleme mit ihren Knochen, weil das aktive Vitamin D Sonnenlicht braucht. Also das ist ein plastisches Beispiel. Ja, okay. Interessant. Wir müssen noch über das Thema Schuhwerk sprechen. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich kann an meinen Schuhen erkennen, dass ich die einseitig ablaufe. Ist für mich ein großes Ärgernis, weil ich mir häufig neue Schuhe kaufen muss, weil man das ja auch sieht. Machen die auch manchmal ganz gerne Leute. Ja, das stimmt. Aber es zeigt natürlich irgendwie an, also so ganz gerade laufe ich nicht. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so, die sich dann auch fragen, ist da schon was, womit ich vielleicht zum Arzt sollte, auch wenn ich gar keine Probleme damit habe? Eigentlich nicht. Also unregelmäßig abgelaufene Schuhe oder die mehr außen oder innen abgelaufen sind. Man wird wenig machen können. Ich will es aber etwas genauer erläutern. Art 1, das Gen, ist etwas völlig Unbewusstes. Also man kann keinem Menschen sagen, dreh immer bei jedem Schritt deinen Fuß ein bisschen mehr nach außen oder innen oder versuch dein Gangbild in der Richtung zu korrigieren. Das gelingt nicht. Das gelingt vielleicht irgendwelchen Models auf dem Laufsteg, die da vielleicht für ein paar Minuten ganz bewusst laufen. Aber sonst geht das nicht. Was da wichtig ist, insofern ein bisschen vielleicht doch der Orthopäde mal gucken sollte, wenn die Schuhe extrem außen oder innen abgelaufen werden, dann kann man sich behelfen, indem man eine Einlage verordnet oder manchmal eine Schuhranderhöhung innen oder außen, damit der Fuß gerade belastet wird. Wenn man ein leichtes X-Bein oder ein leichtes O-Bein hat, kann man da schon helfen mit einer Einlage zum Beispiel. Also das wäre dann doch eine Möglichkeit, danach einmal zu gucken. Aber man darf es nicht überbewerten. Dass deshalb eine Arthrose entsteht, auch am Hüft- oder Kniegelenk, das halte ich nicht für möglich. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal, also ich finde interessant, dass Sie sagen, Frauen sind von Arthrose häufiger betroffen. Ich habe jetzt direkt an das Thema hohe Schuhe dabei gedacht. Ob das vielleicht der Grund dafür sein könnte? Hohe Schuhe müssten ja für einen Orthopäden ein absoluter Graus sein, oder? Sie werden ja nicht immer getragen, das muss man einfach dazu sagen. Es gibt bestimmte Fußfehlstellungen, besonders Krallenzehen, die dadurch entstehen, oder der sogenannte Halux valgus, also diese Fehlform des Großzehengrundgelenkes, wenn der Vorfuß zu stark belastet wird, bei extrem hohen Schuhen. Trotzdem, ich empfehle den Patienten, wenn sie solche Fußprobleme haben, wenn es geht, weiche Sohlen zu tragen. Es war ja auch ihre Frage, was kann ich mit dem Schuhwerk anrichten, weiche Sohlen zu tragen, die gut abfedern, denn wir laufen nicht wie in unserer Menschheitsgeschichte überwiegend auf weichen Böden, sondern wir laufen in den letzten 100, oder schon länger her, 200 Jahren, eigentlich nur noch auf Beton- und Asphaltböden. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man ein bisschen Puffer einbaut, dem Fuß ein bisschen Spielraum gibt, wenn man viel barfuß läuft, aber wenn man schick ausgeht und eine Frau daran Spaß hat, schöne Schuhe zu diesem Anlass anzuziehen, dann schadet die sich nicht, solange es eben nicht ununterbrochen, oder auch der Mann, der spezielle Schuhe trägt, das ununterbrochen tut. Also da kann man ruhig mal ein bisschen in Anführungsstrichen sündigen, in sehr großen Anführungsstrichen. Das ist also nicht der Grund, warum Frauen häufiger betroffen sind. Nein. Ich habe mit Interesse gelesen, dass man oft mal, oder dass man noch gar nicht so richtig weiß, wie Arthrose entsteht. Also Gelenkverschleiß, klar, durch Abnutzung im Laufe des Lebens, ja, aber es ist offenbar noch nicht ganz hinreichend erforscht. Das finde ich faszinierend. Nein. Es gibt einmal diese mechanischen Faktoren, die wir vorhin erwähnt haben. Dazu zählt das Gewicht, die falsche Bewegung, die unphysiologische Belastung im Sport, statt Fehlstellungen eines Gelenkes, wenn es mal gebrochen war zum Beispiel, oder in der Kindheit der Meniskus operiert wurde, dann ist das Risiko höher. Aber letztendlich, ganz sicher weiß man es nicht, sie müssen sich nur von der Evolution her, oder wir müssen uns überlegen, dass die Arthrosen ohne Fehlstellung entstehen erst, wenn die Patienten oder die Menschen nicht mehr reproduktionsfähig sind. Also die wurden von der Evolution wenig ausselektiert. Und die Menschen werden eben halt heute viel, viel älter als früher. In der Steinzeit Menschen ist wahrscheinlich keiner über 50 geworden. Und das war eine viel, viel längere Episode als die Neuzeit. Und aus dem Grunde beobachten wir es natürlich auch häufiger, weil aus vielen anderen Gründen, ich hatte das vorhin erwähnt, Menschen sehr, sehr alt werden. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind viel früher super gut behandelt. Tumoren können gut behandelt werden. Und wir haben 90-Jährige, die sehen aus wie früher in 70-Jährigen. Vielleicht noch ein letzter Punkt zum Thema Übergewicht. Ich glaube, jeder, der schon mal, ich sage mal, zehn Milchtüten in der Hand hat, weiß, wie schwer die sind. Und da muss man sich ja mal vorstellen, dass das dann alles auch auf den Füßen und Knien lastet. Gibt es tatsächlich Beispiele dafür, dass Menschen, die dann auch, ich sage mal, 20 Kilo abgenommen haben oder Ähnliches, dass da Probleme auch verschwunden sind? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich will einfach mal ein paar Fakten dazu nennen. Ad 1 spielt das Gewicht für die Gelenke nicht immer nur eine negative Rolle, wenn es in Maßen ist. Warum? Weil durch das vermehrte Gewicht die Muskulatur auch mehr gebraucht wird. Das ist jetzt sicher nicht sehr populär, was ich sage. Es ist aber so. Ein anderes Beispiel ist die Osteoporose, die auch eine Arthrose begünstigt, weil der Knochen weicher wird. Gerade bei Frauen, die natürlich mehr Osteoporose haben als Männer, da gibt es hormonelle Ursachen. Wenn die sehr dünn sind und hellhäutig sind, ist das Risiko der Osteoporose viel höher, als wenn sie ein Normalgewicht haben, einen normalen BMI, Body Mass Index. Das muss man ein bisschen differenziert sehen. Ad 2, wenn eine Arthrose schon eingetreten ist, eine radikale Gewichtsreduktion, bringt meistens nicht sehr viel. Wenn jemand extrem übergewichtig ist, sicher, weil es auch das Operationsrisiko oder Behandlungsrisiko senkt. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ein bisschen ein Problem ist, wenn ich jemandem jetzt sage, sie müssen jetzt, bevor ich an eine OP oder eine Spritze oder irgendeine Maßnahme denke, 20 Kilo abnehmen, dann gibt es Fälle, wo die Patienten rasant das machen. Also wo die extrem in kurzer Zeit Gewicht reduzieren. Und dann entsteht eine katabole Stoffwechsellage, die das Risiko einer Infektion, zum Beispiel einer Komplikation, deutlich erhöht. Also wenn, muss man die Nahrungsgewohnheiten komplett umstellen. Gibt es Bücher dazu, gibt es gute Bücher, was man einfach generell mit Ernährung machen kann. Kommen wir mal zu dem Punkt, wo alle Prävention nichts genutzt hat, konservative Maßnahmen, wie es dann heißt, nichts mehr genutzt haben. Vielleicht nochmal die Frage, konservative Maßnahmen, sind das eben dann vor allen Dingen diese Themen, dass man sagt, viel Radfahren, viel Schwimmen oder was zählt noch zu konservativen Daten? Das ist wesentlich. Also fit halten, mobil halten, ab und zu ein Schmerzmittel nehmen, besser als eine OP. Nicht jeden Tag, machen sich die Nieren kaputt. Aber wenn ich zum Beispiel vom Tennisspiel oder Hockeyspiel eine Schmerztablette nehme, ist das besser, als ich im Stuhl sitze. So, also wir kommen dann irgendwann mal zum Thema Einsatz künstlicher Gelenke und ich habe mit Erstaunen gelesen, dass in kaum einem anderen Land im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr sogenannte Endoprothesen, das sind die künstlichen Gelenke, zum Einsatz kommen. Also bei den Hüften sind wir, glaube ich, immer noch weltweit Spitzenreiter oder jedenfalls unter den Top 3 Kniegelenke, also überall Spitzenreiter und die Zahlen steigen auch noch. Woran liegt das? Das ist so, das Ende der Therapie ist das künstliche Gelenk. Dazu erst eine Vorbemerkung, grundsätzlich ist ein Gelenk ersatzbar, eine Arthrose, eine sehr, sehr dankbare Operation. Wenn sie gut indiziert ist, haben die Patienten hinterher, wenn sie sich vorher nicht mehr bewegt haben, hinterher neues Leben. Also das möchte ich als Vorbemerkung, es ist eine sehr hilfreiche, segensreiche OP mit geringem Komplikationsrisiko, aber es gibt halt ein Komplikationsrisiko. Warum werden so viele Gelenke operiert oder künstlich ersetzt und warum ist gerade hier Deutschland weit an Nummer eins? Weit an Nummer eins. Wir konkurrieren ein bisschen mit den USA, wo es auch sehr, sehr viel gemacht wird, aber andere Länder, skandinavische Länder, sind deutlich, deutlich weniger. Es gibt einmal einen Grund, der in allen westlichen Kulturen mehr oder weniger eine Rolle spielt, das ist der Bewegungsanspruch an unseren Körper. Menschen sind heute gewöhnt, auch in höherem Alter, sich viel zu bewegen und bekommen das auch suggeriert, dass das wichtig ist. Es gibt in vielen Zeitungen, im Fernsehen immer wieder die Meldung, jetzt hat einer mit 85 den Mount Everest erklettert oder irgendeinen anderen Berg. Der Marathon ist von jemand gelaufen worden, der 90 ist und wie auch immer. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Anspruch an die Bewegung. Dieser Sport, Fitness, Jugendlichkeitskult, der bei uns als Ideal dargestellt wird, der spielt eine große Rolle. Also habe ich viel mehr Anspruch, auch wenn ich eine Arthrose habe und will die loswerden. Das Extrem ist, wenn jemand sagt, ja, wenn ich 18 Loch Golf gespielt habe, dann kann ich in mein Auto kaum noch einsteigen, dann tut mir es weh. Das sind diese Ansprüche, die bestehen. Das ist nachvollziehbar, aber ist es da. Ein anderer Punkt, der gerade in Deutschland eine Rolle spielt, ist die Vergütung dieser Operation. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Seit dem Jahre 2003 beziehungsweise ganz dezidiert, scharf gestellt 2004, gibt es in Deutschland ein Vergütungssystem, was man Fallpauschalen nennt. DRG, das ist ein bekanntes System, was im Moment sehr stark in der Kritik ist. Die jetzige Gesundheitsreform dreht sich mit Recht darum. Das bedeutet, dass eine therapeutische Maßnahme pauschal vergütet wird. Also suche ich mir jetzt nachvollziehbar als Anbieter dieser therapeutischen Maßnahmen solche Maßnahmen aus, das kann ich nachvollziehen, ist verständlich, die gut vergütet werden mit einer niedrigen Komplikationsrate. Und deshalb stürzen sich seit eben diesem 2004, 2005 zunehmend Kliniken, auch Privatkliniken, die gab es früher nicht in diesem Umfang, die gibt es jetzt überall, gerade Kliniken, die Endoprothesen versorgen, gibt es in jeder Stadt ganz viele, suchen sich dieses Level aus. Bedeutet, die Patienten, an denen kann ich etwas verdienen, wenn ich sie nur sehr kurz in meiner Klinik habe, das heißt, wenn es Patienten mit niedrigem Risikoprofil sind, sprich, wenn es junge Patienten sind, die vielleicht nach drei Tagen schon nach Hause gehen können, wenn sie ein künstliches Knie oder eine künstliche Hüfte haben, die sehr schnell operiert werden, sehr schnell, weil die Vergütung ist gleich, ob dieser Patient nur drei Tage im Krankenhaus ist oder ob er zehn Tage im Krankenhaus ist. Das ist mit ein ganz, ganz wichtiger Grund, dieses System, was jetzt Gott sei Dank in Kritik ist, der Fallpauschalen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum diese OPs gerade in unserem Land so, so häufig durchgeführt werden, denn dieses System gibt es seit dieser Zeit hier und seither beobachten wir diesen sprunghaften Anstieg. Diese zwei Komponenten spielen eine Rolle. Da stecken für mich jetzt aber zwei wirklich sehr unschöne Nachrichten drin. Zum einen, dass oft viel zu früh dann operiert wird oder weil man damit Geld verdienen möchte und dass gerade junge Menschen früh operiert werden, obwohl man ja auch weiß, dass Hüftgelenke, und dazu sollten wir jetzt auch kommen, oder Knie, die halten ja auch nicht ewig. Ist ja nicht so, dass man mit 35 eine neue Hüfte bekommt und dann hat man bis 100 Spaß damit, sondern irgendwann mal steht ja dann die nächste an. Ist das so von mir richtig? Das ist richtig formuliert. Formuliert, ja. Vielleicht können wir das ein bisschen zweiteilen. Art 1, diese unschöne Nachricht, warum ist es vielleicht ökonomisches Interesse? Es spielt beides eine Rolle, der Anspruch der Patienten und das ökonomische Interesse der Anbieter. Wir haben hier eine Operation, mit einer Operation zu tun, die eine relative Indikation hat. Operation mit absoluter Indikation ist eine Blinddarmentzündung, ein gebrochenes Bein, ein Herzinfarkt, verschlossenes Herzkranzgefäß. Wenn Sie jetzt hier 99 Ärzte fragen, gibt es klare Leitlinien, das muss man operieren, sonst stirbst du. Bei einer Arthrose ist es völlig subjektiv. Es bleibt der Interaktion Arzt-Patient überlassen. Mache ich das jetzt? Mache ich es nicht. Der Ängstlichkeit des Patienten, des Bewegungsanspruchs, der Risikofreude und auch natürlich, wie der Arzt das Ganze darstellt. Verkauft. Verkauft. Ist es eine Kleinigkeit? Wenn Sie heute sich ein bisschen das Internet klicken oder Zeitungen lesen, da gibt es immer mehr Reklam zu dem Thema Hip in a Day gibt es. Ich mache eine Hüfte an einem Tag. Hip in a Day ist es komplett der Wahnsinn. Das klingt schon sehr seriös, wenn man das liest. Klingt toll. Aber es scheint ja erfolgreich zu sein, sonst würde man ja nicht damit werben. Vielleicht. Man muss sich halt abheben von den anderen Anbietern. Wir haben eine völlige Überversorgung. Beispiel hier in Köln gibt es eine vollkommene Überversorgung an Anbietern von Endoprothetik, an Krankenhausbetten, die Endoprothesen-Patienten versorgen. Es ist vollkommen überversorgt, diese Region hier. Das sind alle Großregionen in Deutschland. Auch die Uniklinik setzt ja künstliche Gelenke ein. Sie ja auch. Natürlich macht das. Davon leben wir genauso. Völlig klar. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dann wird natürlich das auch stark beworben. Einspruch, habe ich jetzt gesagt. Es gibt dann immer wieder Ideen, dass man es minimalinvasiv, Schlüsselloch-Operationen, Sie kriegen die Hüfte jetzt nur noch über ein Schlüsselloch eingesetzt. Und dann wird so eine Operation langsam in die Richtung Lifestyle-Operationen stigmatisiert. Also negativ konnotiert, wie ich finde. Und das ist halt, da kommen wir jetzt zum zweiten Teil Ihrer Frage, schon ein bisschen problematisch. ein künstliches Gelenk komme ich wieder zum Anfang. Eine tolle OP, wenn sie gut indiziert ist, ändert das Leben eines Patienten, beeinflusst zum Positiven, super. Aber es gibt zwei Punkte. Einmal die Haltbarkeit. Die ist nicht ganz so der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt sind die Risiken, die es gibt. Die sind zwar gering, aber Sie müssen das Hauptrisiko, was bei beiden Hüfte und Knie passieren kann. Das fatalste Risiko ist eine Infektion. Sie implantieren bei einem Menschen einen großen Fremdkörper in den Knochen. Der ist sehr groß, der wiegt viel, der ist faustgroß oder noch größer. Metall und Kunststoff wird implantiert. Und das hat ein Infektionsrisiko. Und bei allen Operationen kommt es in etwa 0,5 bis 1 Prozent je nach Risikoprofil der Patienten zu diesen Infektionen. Ist das so ein Abstoßungsversuch? Nein. Es ist eine bakterielle Infektion. Das ist keine Unverträglichkeit. Sie sind eigentlich alle sehr gut verträglich. Sie bestehen in der Regel aus Titan oder Knie aus speziellen Edelstahlergierungen. Sie sind gut verträglich. Es ist eine bakterielle Infektion. Sie implantieren einen großen Fremdkörper. Dieser Fremdkörper ist nicht durchblutet. Also kann hier keine körpereigene Abwehr hin. Ein paar Zellen, die sich hier, ein paar Bakterien, die sich hier festsetzen. Die OP-Luft ist nie steril. Können sich vermehren und wir bekommen eine Infektion. Das ist gering das Risiko. 0,5 bis 1 Prozent. Aber wenn es passiert, kann das für einen Patienten fatal sein. Das bedeutet nochmalige OP. Manchmal muss das Gelenk entfernt werden. Manchmal sogar ersatzlos entfernt werden. Wir sprechen ja noch nicht von multiresistenten Keimen. Die es auch gibt. Die es auch gibt. Die auch tödlich enden können. Die auch im Extremfall sogar tödlich enden können. Das würde ich allerdings als ganz seltene Ausnahme machen. Aber es kann bis zum Verlust der Extremität und des gesamten Gelenkes führen. Und wenn man sich vorstellt, dass ca. 200.000 Hüften pro Jahr operiert werden, dann sind das 2.000 dieser infizierten Patienten in Deutschland. Und die häufig eine lange, sehr unangenehme Leidensgeschichte dann haben. Deshalb ist es keine Lifestyle-Operation und so sollte man sie auch nicht darstellen. Und man sollte sie gut indizieren. Ich würde mir auch ein künstliches Knie oder eine künstliche Hüfte operieren lassen. Allerdings erst dann, wenn ich aufgrund meiner Gelenksituation kaum noch laufen könnte. Vorher nicht. Wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich, sagen wir mal, wenn ich Patientin bin oder Patient und der Arzt sagt mir, hier müssen wir operieren. Also man ist ja als Laie da oft überfordert. Dann sagt der Arzt, ist easy, ist kein Problem. Was raten Sie? Also ein seriöser Arzt wird nicht sagen, man muss operieren, sondern er wird sagen, man kann operieren. Ein seriöser Arzt, die Regel ist, würde mit dem Patienten, dem das aufzeichnen, würde sagen, die Ursache ihrer Beschwerden ist jetzt eben der Verschleiß des Gelenks. Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können sich damit arrangieren, haben wir vorhin besprochen, Schmerzmittel nehmen, entsprechende Bewegung oder wir haben die Möglichkeit, wir implantieren hier ein neues Gelenk. Was ist der Preis dafür? Nicht die Euro, sondern was ist der Preis, was zahlen Sie dafür an Lebensqualität? Das bedeutet Krankenhausaufenthalt, das bedeutet dieses Risiko, was wir besprochen haben, was in unangenehmen Fällen bis ein Prozent ist, das muss man wissen und das ist nicht wenig. Wenn Sie eine Tablette nehmen mit ein Prozent gravierenden Nebenwirkungen, würden Sie die nicht einnehmen, hätte die keine Zulassung. Das muss man wissen und man muss wissen, was passiert hinterher? Wie sind die Chancen, dass ich meinen Schmerz komplett loswerde? Auch hier gibt es bestimmte Verläufe, dass Patienten trotz ideal sitzender Endoprothese, die sich nicht infiziert, noch weiter Beschwerden haben. Wetterfühligkeit zum Beispiel, Fremdkörpergefühl im Knie, das ist nicht ganz selten. Das muss der Arzt dem Patienten entsprechend erläutern und dann muss man das gemeinsam abwägen. Das ist letztendlich eine Entscheidung, die der Patient allein oder mit seiner Familie treffen muss. Kommen wir mal zur Lebenserwartung dieser Endoprothesen. Das spielt ja auch eine Rolle, wenn es um das Thema Alter geht. Kann man da Faustregeln machen und sagen, mit 30 auf keinen Fall, ab 40 auch noch nicht, ab 50 denken wir darüber nach. Wie ist das? Die Haltbarkeit der Prothese spielt die geringste Rolle. Die sind sehr, sehr gut haltbar. Die überwiegenden Teile der, eigentlich fast alle Hüftprothesen in Deutschland werden zementfrei implantiert. Das bedeutet, rein theoretisch kann man die recht gut wechseln, wenn man sie wechseln muss. Und die Haltbarkeit ist sehr, sehr lang. Wir wissen es aus großen Studien. Man kann heute davon ausgehen, dass nach 15 Jahren noch 98% der Prothesen funktionieren, dass wir wahrscheinlich Haltbarkeiten haben, die um die 20 Jahre oder noch länger gehen. Allerdings steigt auch die Lebenserwartung. Oder steigt die Lebenserwartung und man könnte sie wechseln. Einem 30-Jährigen eine Hüftendoprothese zu implantieren, da muss schon eine extreme Situation sein. Die gibt es. Es gibt auch ganz junge Menschen, die ein komplett destruiertes Gelenk haben, die eine gute Indikation, guten Grund haben, das zu implantieren. Aber dann muss der Operateur auch wissen, bei der Operation schon eine Wechseloperation einplanen. Das Gros unserer Patienten, über die wir jetzt sprechen, ist so 50 plus oder 60 plus. Und da spielt die Haltbarkeit bei den modernen Prothesen eine eher untergeordnete Rolle. Gilt das auch fürs Knie? Da heißt es ja immer, dass die nicht so haltbar sind, die Hüften. Doch. Seitdem es diese ungekoppelten Prothesen schon geraume Zeit gibt, ist die Haltbarkeit auch beim Knie mindestens genauso lang wie bei der Hüfte. Also es gilt bei beiden Gelenken. Wo es nicht gilt, sind andere Gelenke. Also das obere Sprunggelenk zum Beispiel, das Schultergelenk, das Ellenbogengelenk. Hier gibt es viel mehr Probleme. Aber Knie und Hüfte ist die Haltbarkeit sehr lange, also sicher über 20 Jahre. Jetzt haben Sie ja eben von dem Fall gesprochen, dass Ärztinnen und Ärzte möglicherweise unnötig oder zu früh eine Operation anbieten oder durchführen aus monetären Gründen. Wie ist es denn umgekehrt? Also wie oft kommt es zum Beispiel in Ihrer Praxis vor, dass Patientinnen und Patienten vor Ihnen sitzen und sagen, ich will unbedingt, weil ich will alles machen können, was ich bislang auch gemacht habe. Und jetzt verschreiben Sie mir doch diese OP. Und Sie sagen, weiß ich nicht. Es gibt es. Und da kommen wir wieder auf den individuellen Bewegungsanspruch. Es gibt den sehr rüstigen 70-Jährigen, der fürs Leben gerne wandert und der eigentlich im Alltag, mit dem ich rede, und der sagt ja hier im Alltag, wenn ich hier bin in Köln, da komme ich wunderbar klar, da brauche ich eigentlich gar nichts. Ich kann zwei Kilometer laufen, ich kann mit meiner Frau essen und einkaufen gehen, aber ich wandere für mein Leben gern den Jakobsweg oder über die Alpen oder weiß der Teufel was. Und da kann ich halt nicht mehr. Solche Patienten gibt es. Und da muss man wirklich sehr, sehr krass und hart mit dem Patienten das nochmal besprechen. Ich würde einen Patienten, der nur eine angedeutete Arthrose hat und der mir das schildert, den würde ich versuchen, mit allen Mitteln von einer Operation abzubringen. Und lieber zu sagen, dann fahr halt dieses Stück mit dem Mountainbike oder mit dem Fahrrad. Aber das ist schwierig. Es gibt Menschen, die haben einen sehr hohen Anspruch und das muss man auch akzeptieren. Das kann ich auch nachvollziehen. Zum Teil verstehen, die ein Hobby haben, was unbedingt ein schmerzfreies Gelenk bedarf. Aber das gibt es zunehmend. Welche Fälle beschäftigen Sie denn noch an der Uniklinik? Vielleicht jetzt auch an Patientinnen und Patienten, die vorher woanders waren und Sie jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, was ist denn da gemacht worden? Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe als Uniklinik. Wir sind letzte Instanz hier in diesem Großraum. Das betrifft einmal Patienten, die weitere Erkrankungen haben, weil wir an der Uniklinik, wir sind ein Vollanbieter, wir haben eine tolle Kardiologie, wir haben eine tolle Lungenheilkunde und, und, und. Das heißt Patienten, die niereninsuffizient sind, die kommen alle zu uns, wo die Leber nicht mehr funktioniert. Aber ein wichtiger Schwerpunkt sind auch Patienten mit infizierten Gelenken oder mit gelockerten Gelenken, die vielleicht schon ein, zweimal voroperiert sind, wo die Gelenke gelockert sind, wo alles infiziert ist. Da sind wir letzte Wiese. Das ist ein wichtiger Punkt bei uns. Sicher weit mehr häufig als in peripheren Krankenhäusern, die eben besonders, wenn sie nur darauf spezialisiert sind und da kommt wieder diese leichte Kritik, die verdienen halt an diesen Patienten, die nur vier, fünf Tage in der Klinik sind und die eine schnelle Fast-Track-Reha und Hip-in-a-Day bekommen, die sind halt schnell wieder weg. Und mit denen kann man halt Geld verdienen. Wenn die Patienten wochenlang liegen, polymorbid sind, krank sind, dann versauen die jedem Bilanzbuchhalter die Rechnung. Und dann heißt es, gehen Sie doch mal zur Uniklinik. Gehen Sie doch mal in die Uniklinik. Weil die müssen sich kümmern. Genau. Sie haben im Vorgespräch auch erwähnt, dass es Spritzen und andere Behandlungsmethoden gibt, also ich sage mal wahrscheinlich zwischen konservativen Maßnahmen und OP, die auch fragwürdig sind. Was sind das für Dinge, vor denen Sie vielleicht ausdrücklich warnen möchten? Ja, auch eine gute Frage, wie ich finde. Nehmen wir an, Sie bekommen jetzt eine Arthrose diagnostiziert. Es gibt vielleicht noch ein Röntgenbild, noch ein MRT, wo man sieht, dass der Knorpel kaputt ist, ist die Frage jedes Patienten, was kann ich denn jetzt machen? Kann ich den denn wieder aufbauen? Und da gibt es natürlich entsprechend zahlreiche Antworten. Das Problem ist nur, was Vernünftiges gibt es nicht. Knorpel ist finales Gewebe, haben wir gerade besprochen. Risikofaktoren werden jetzt ausgeschaltet, der Sport entsprechend angepasst, die Ernährung entsprechend auch angepasst, aber mehr kann ich nicht machen. Den Knorpel wieder aufbauen gelingt nicht und hier wird sehr viel angeboten, was leider häufig auch wieder verkauft wird als sogenannte Igelleistung. Das sind Leistungen, die von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt werden, die werden zum Teil von Privatkassen bezahlt, die manchmal sehr teuer verkauft werden an die Patienten. Das sind zum Beispiel Knorpelaufbauspritzen, sogenannte Stammzellen, Fettgewebe wird injiziert und, und, und. Hyaluronsäure ist etwas sehr Populäres. Die Wirksamkeit dieser ganzen Methoden ist mehr als umstritten. Es gibt eine kleine Ausnahme, die ist sehr speziell. Man kann in wenigen Fällen vielleicht auch nur einmal eine Spur Cortison in ein Knie spritzen, aber nur vielleicht ein- oder zweimal. Cortison ist sehr segensreich, weil es diese Pseudoentzündungsreaktion reduziert. Es hat ein Risiko, nämlich der Infektion des Gelenkes und wenn man es dauerhaft macht, geht der Knorpel kaputt. Eine klassische Möglichkeit wäre, eben der besagte, rüstige 80-Jährige kommt jetzt in die Sprechstunde, hat eine leichte Arthrose im Knie, will morgen in die Alpen fahren zum Wandern, hat sich riesig darauf gefreut, mit seiner Gruppe, seiner Familie, seinen Freunden und kann jetzt kaum noch laufen, weil es kniedick ist. Dann könnte man in diesem Fall unter sehr sterilen Bedingungen das Knie appunktieren und einmal eine Spur Cortison reinspritzen, dann hat er ein paar Wochen Ruhe. Das wäre so eine gute Indikation. Sonst, um es pauschal zu sagen, diese ganzen Sachen, die hier angeboten werden, Knorpelaufbau, spezielle Thrombozytenzubereitungen aus dem Eigenblut, Stammzellen, Fettgewebe von irgendwoher, das ist letztendlich alles nicht erwiesen, hat ein Risiko und vor allem, wenn es Geld kostet, würde ich es auf gar keinen Fall machen und empfehlen. Da kann man dann günstiger Gummibärchen essen, die helfen genauso wenig, ja? Genau, so ist gut. Ja, finde ich eine sehr, sehr wichtige Info, dass man da auf jeden Fall vorsichtig ist. Was ist denn der ungewöhnlichste Fall in Sachen Gelenke, den Sie jemals in Ihrer Sprechstunde hatten? Also was uns sehr beschäftigt, das ist ein bisschen ein trauriges Kapitel, sind junge Leute mit komplett destruierten Gelenken, das sind Heroinabhängige, die wir in Köln relativ viel haben, die immunsupprimiert sind, weil sie vielleicht HIV-positiv sind, die sich kaum noch bewegen können, die bekommen an vielen Stellen Infektionen, die Medikamente, das Heroin wird natürlich unsauber verabreicht und die bekommen Kniegelenksinfektionen und wir haben gerade so eine ganz nette junge Patientin, die beide Knie völlig kaputt sind und die müssten beide versteift werden und das bedeutet letztendlich Rollstuhl. Das sind ungewöhnliche und sehr traurige Fälle, das ist so das Extrem, was da passieren kann mit den Gelenken. Die Zahl der Heroinabhängigen scheint ja auch in Köln zu steigen, also wenn man es jetzt nach dem bloßen Augenschein nimmt, ich wohne in der Nähe vom Neumarkt zum Beispiel, Abhellhofplatz, Friesenplatz, und das heißt, das sind auch Menschen, die dann bei Ihnen aufschlagen, auch wegen solcher Fälle, wo die Gelenke dann durch solche Substanzen ruiniert werden. Wenn Sie gucken, es gibt einige, die im Rollstuhl sitzen und da steckt meistens sowas dahinter, was wir jetzt besprochen haben. Das ist traurig. Lieber Herr Eisel, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt. Dankeschön. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin sicher, wir werden auch noch über Ihre anderen Spezialgebiete sprechen. Irgendwann mal in den kommenden Monaten, im nächsten Jahr. Ich finde es immer ungemein spannend. Also plastisch-ästhetische Chirurgie zum Beispiel, könnte man sicherlich auch sehr ausführlich drüber sprechen. Ich sage aber erstmal alles Gute und bis bald. Und ich sage auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich über eine gute Bewertung für den Podcast bei einer der Podcast-Plattformen Ihres Vertrauens, sei Spotify oder Apple. Falls Sie Fragen haben oder falls Sie mir einen Talkgast vorschlagen möchten, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak.ksdamedien.de Machen Sie es gut, bis zur nächsten Folge. Talk mit K.